Und hier drin noch den Steinboden verlegen, ja. Und, guck mal eben, hier ist da komplett Steinboden, ja, okay. Wie wäre es denn, wenn wir vor den Dingern auch ein bisschen Steinboden ließen? Also nur ganz wenig hier, die drei vielleicht oder nur einen da. Hm, das kann ich mir ja noch immer überlegen, beziehungsweise hier dann eben hinbauen. Ich mach mal innen schon das weg. So, wo hab ich denn einen Glattstein? Hier. Ich kann mich erinnern, dass Mammut mal ein Silo bauen wollte in seinem Let's Play. Was aber schon sehr, sehr lange her ist. Das war so, keine Ahnung, in den ersten 100, 200 Folgen oder so. Und er hat dann auch mal eins gebaut, war aber dann nicht zufrieden und hat es wieder abgerissen. Und seit hier keins mehr gebaut. Ich weiß gar nicht, was seine Pläne jetzt so sind. Äh, muss ich ihn bei Gelegenheit mal fragen. Ob denn da wieder eins hin soll oder woanders oder wie auch immer das so werden soll. So, wir müssen gleich in die Wüste gehen. Ja, also übrigens soll die ganze Erde hier noch weg, ne? Also alles, auch der Pilz da, obwohl das eigentlich schade ist, ne? Ach, da pflanze ich einfach neue. Ich weiß ja, wie das geht. Ich kann das machen. Mal ein bisschen Potzol drunter. Ich muss auch noch Potzol holen, denn für die Beete brauche ich Potzol. Den muss ich aber mit der Unterdienstpunktsspitzzacke abbauen. Braucht es um wirklich allzu viel mit der Behutsamkeitsspitzzacke. So, haben wir da jetzt erstmal genug Platz? Ähm, ja, haben wir ein bisschen mehr. Ja, das ist sowieso nur noch diese eine Ecke da. Die kriege ich jetzt auch noch so rein. Nö, das war einer zu viel. So, noch ein Stück. Ja, erstmal was essen. Auch nicht verkehrt. So, dann will ich gleich das Loch hier wieder füllen. Aber nicht das Holz da reinschmeißen. So, aber ich kriege es ja wieder. Okay, da noch einer hin. Und dann, aber auch wieder das Holz. So, und so, genau. Ja, jetzt habe ich eben nur noch zwei Stück hierfür. Und mehr ist leider nicht da. So, da sollen unsere drei Silos entstehen. Wie hoch die werden, weiß ich noch. Die dürfen schon ein bisschen höher sein. Aber ich will ja nicht gleich so ein Riesending machen, wie die Rakete ist. Das wäre dann natürlich auch zu viel. Oh ja, ich muss mir auch eine neue Schaufel bauen. Sand baut sich leicht ab, aber... Ich habe ja hier auch noch Erde. Die Schaufel war sowieso schon angeschlagen. Okay, so. Ähm, hier innen auch gleich weg. Machen wir gleich den schönen Boden dahin. Der gefällt mir echt gut. Also, ich weiß nicht. Manchmal kann man sich an so kleinen Sachen erfreuen. Wie zum Beispiel ein schöner Boden in einem Silo, in einem Minecraft-Let's-Play. Eigentlich total bescheuert, aber... Mir macht Spaß. Ah, schön. Ja, weil der so sauber aussieht, ne? Wie so ein glatter, feiner Betonboden. Hat ein bisschen Textur, ein bisschen Maß. Ach ja, mir gefällt's. So. Ähm, ja. Ich würde sagen, neue Schaufel. Ach komm, wir machen noch ein bisschen Erde weg, denn das muss ja sowieso. Und, äh, solange bis die Schaufel kaputt ist, dann baue ich mir eine neue. Und dann geht's ab in die Wüste. Ein bisschen Sand schaukeln. Nicht allzu viel, denn, ja, na, es ist einfach nur so stumpfsinniges Sand erbauen, das ist ein bisschen langweilig. Aber ich brauche ja ein bisschen Sand. Wir müssen dann öfter hin. Ja, ich kann das jetzt einfach hier so der Reihe nach weg machen. Das ist, äh, spielt ja keine Rolle. Weg soll das sowieso alles. Und, äh, ich brauche jetzt vor dem Silos ja keinen Platz daneben, dazwischen, dahinter ist das sowieso schon Platz genug. Also kann ich die Erde hier wegbauen und komme wie ich will. Ja, und was da sonst noch so alles hin soll? Hier, da wo ich jetzt alles frei geschafft habe, oder fast ganz frei. Ja, die Erde muss eben noch weg. Und überhaupt da, wo ich die Weide verkleinert habe. Also jetzt mal abgesehen von diesen Silos, ähm, weiß ich jetzt noch nicht, was da noch hin soll. Also der, der Pilz wird noch fertig gebaut. Da könnten wir gleich nochmal schauen, äh, wie viel Sprengstoff da eigentlich da ist. Die Eisenblöcke da, die, ja, gut, ich stelle jetzt, glaube ich, kein Problem da. Ich habe noch einiges im Eisen da. Wobei es auch nicht verkehrt wäre, mal wieder auf so eine, auf so eine Höhlen-Tour zu gehen. Ja, aber das kommt alles noch. Kann ja nicht alles auf einmal machen, auch wenn es keine täte. Hallo, ich will ja hochspringen. So. Und die Schaufel ist immer noch nicht kaputt. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Naja, aber das kommt schon. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen, ähm, Stein hier wegmachen. Ähm, Moment, jetzt fiel mir gerade ein. Ach ja, Behutsamkeitsspitze, richtig. Die brauchte ich für, für Potzholen. Ich muss nochmal schauen. Also, wir haben ja mal so Potzholen gefunden auf so einer Tour. Und ich weiß aber nicht mehr, wo der war. Das, da muss ich nochmal, ja, irgendwie nachschauen. Doch, ich meine, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Und, äh, dann kann ich wieder einen Wegpunkt machen. Denn den habe ich jetzt definitiv nicht hier drin. Ich weiß nicht, warum nicht. Oh, aber jetzt ist das, dieses rote Fitzelchen von der Schaufel da weg. Also, gleich ist es kaputt. Das ist auch schon, weil, ach, jetzt ist es kaputt. Okay, gut. Dann also, ah ne, dann kann ich mir gleich mal ins Lager teleportieren. So, und mir eine neue Schaufel machen. Aus einem Diamanten. Und Stöckchen. Und die Erde kann ich aufräumen. Das geht ja ganz einfach hier drin. So, 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 so. Da, ein bisschen was bleibt übrig. Ja, ein paar andere Sachen, die... Oh, wo kommt denn der Obsidian her? Fällt mir jetzt erst auf. Hä? Wo kommt der Obsidian her? Also, jetzt mal raus hier. Ich brauche den ja nicht. Den, ja, den kann ich gleich drin lassen. Wo kommt der Obsidian? Ach, den habe ich von dem, von dem Ogre eingesammelt, oder was das war? Ah, richtig. Das ist das einzig, äh, die einzige Erklärung. So, eine Schaufel, ja, eine Schaufel genügt. Der hatte zwei Obsidianenblöcke mit. Aha. Ja, okay, gut, dann habe ich ja doch was von ihm gekriegt. Ja, gut, Obsidianenblöcke ist, ja, auch nicht verkehrt. Braucht man zwar nicht so häufig, aber, wenn man sie dann mal braucht, ist man froh, wenn man sie hat, weil der Abbau recht kompliziert ist. Das haben wir ja vor einigen Folgen gesehen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist. Ja, das sind wohl schon ein paar Folgen mehr. Ähm, haben wir das ja gesehen, als ich Obsidianen abgebaut habe. Äh, für die... Äh, was will ich jetzt eigentlich machen? Weiß ich gar nicht. Äh, für das, äh, für das Portal. Für das Neta-Portal. Ich wollte doch in die Wüste. Ja, Inventarplätze habe ich genug. Ja, komm, dann teleportiere ich mich jetzt in die Wüste. Ach, ich hätte jetzt im Lager noch Holz mitnehmen können für die Türen. Denn die will ich... Ja, was war das? Akazienholz? Ich meine schon. Ja, also los, jetzt erstmal in die Wüste. Äh, also ich sage jetzt immer Wüste. Ich meine ja natürlich das Mesabiom. So, hier sind wir. Und da müsste es... roten Sand geben. Da vorne doch. Ja, hier, schaut doch mal auf die Minikarte. Da ist doch alles... Ach hier, da ist auch schon was. Da ist doch alles, ähm, orange. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Nö, jetzt habe ich es vergessen. Ähm, haha, nee, ich weiß es nicht mehr. Ach, ähm, ja. Dumm gelaufen. Oh nein, jetzt fällt das alles da rein. Ja, momentan, der Sand soll nicht einfach nur weg. Ich will das, ich will das auch einsammeln. Da unter uns ist doch, äh, gebrannter Ton, oder? Ja, ja, den brauche ich auch für die Talantenne, aber da geht es gerade nicht weiter. Das ist auch so ein Riesenprojekt, also da werden wir noch sehr, sehr lange damit beschäftigt sein. Ich habe, ähm, in der Kopie wird mal ein bisschen drum, äh, gebaut da. Und, äh, ja, eben genau dies festgestellt, dass das nämlich noch sehr, sehr lange dauern wird. Und zwar werde ich das auch, ähm, ja, ja, da ich ja... Ne, doch, ich habe das doch mal ausgerechnet, beziehungsweise nachgezählt. Ich glaube, das... Ne, was war das denn? Einen Radius hat das von... Kann das sein, dass es 32 waren oder irgendwie sowas? Ne, weiß ich jetzt nicht mehr. Ein Radius von 32... Ne, ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Ja, es ist ein etwas größerer Radius. Und, ähm, deswegen werde ich, äh, das höchstwahrscheinlich so machen, dass ich das von unten her baue. Und, ähm, das ganze Felsenzeugs, was dann, äh, stört, was dem Weg ist, das, äh, baue ich dann so nach und nach weg. Überall, da, also über dem, was bereits an, an, äh, Dingsbums ausgelegt ist, an Antenne ausgelegt ist. Da kommt das dann einfach weg. Denn ich will auch nicht zu viel wegbauen. Na, das macht auch keinen Sinn. So, man hat es gerade wieder gesehen, dass man von den Büschen einen Stöck, ein Stöckchen kriegt. Oder eins oder zwei. Ich müsste, ich müsste zwei haben, aber ich habe drei. Okay. Habe ich doch drei Büsche weggeschlagen? Oder habe ich von einem zwei bekommen? Weiß ich nicht, kann auch sein. Ja, die Strauße machen da so ein bisschen so Lärm. Das sieht aber ganz gut aus. Und ansonsten finde ich den Wind hier sehr schön. Ein bisschen zugig hier in der Wüste. Sicherlich ist es hier nicht kalt. Es gibt auch kalte Wüsten. Ich meine, das sind nicht Eiswüsten, sondern schon Sandwüsten. Aber welche, die eben kalt sind. Zum Beispiel die Gobi, die hat, ähm, na, wie war das? Die ist sehr extrem. Ähm, die kann nachts bis minus 20 Grad haben oder so. Und tagsüber sogar bis zu 60 Grad. Also Temperaturunterschied von 80 Grad im Nachtwechsel oder sowas. Ähm, also an den Spitzen, zu Spitzenzeiten. Also habe ich mal so, glaube ich, gehört oder gelesen oder so. Äh, ob das stimmt, ob ich mich da jetzt richtig dran erinnern kann, weiß ich nicht. Ja, das ist schon, also dass da die, die Temperaturunterschiede groß sind, okay, das weiß ich. Ähm. Ich weiß zwar nicht mehr, woher. Ja, habe ich wahrscheinlich mal irgendwann. Als ich noch fern gesehen habe, das ist ja nicht so meine Vermutung, äh, mal im Fernsehen gesehen, in so einer Tiersendung oder sowas, ähm, habe ich ja früher auch gerne geguckt. Ähm, denn gelesen habe ich das vermutet. Eigentlich nicht, denn ich wüsste jetzt nicht, wo. Ich habe ja als Kind oder als Jugendlicher, ja, als Kind eigentlich nicht als Jugendlicher, sehr viele Sachbüfe gelesen, auch zu den unterschiedlichsten Themen. Aber über, über Wüste, glaube ich, war nichts dabei. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. So, also mal schauen, wie viel Sand haben wir denn? Oh doch, das ist ja schon einiges. Aber, ich kann ja noch ein bisschen mehr abbauen. Da kommt ja auch nur, ähm, hier dieser, dieser gebrannte Ton zum Vorschein drunter. Und das ist auch ganz gut so, denn ich brauche auch noch davon was. Eben für die Talantenne. Den müssen wir dann noch färben, in hellgrau. Ich habe mich ja für hellgrau entschieden, und das finde ich auch ganz gut. Und mir gefällt das immer noch. Und dann lege ich mir den hier schon mal frei. Was ist denn da vorne eigentlich an roten Punkten da? Was, was ist denn das da? Hier auf der Minikarte sieht man das doch. Schauen wir doch mal hin. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Ach, ist das da oben? Moment, sind die bei uns zu Hause hier? Und ich muss da erst hochkommen wieder. Nee, die sind da nicht. Die sind da wieder unterhalb. Würde mich auch wundern, wenn die da drin sind. Dann, da ist der Berg wohl irgendwie hohl. Und da sind die drin. Naja, gut. Ich glaube, ein Skelett war dabei. Ich meine, da gerade eins gehört zu haben. So, ich mache mal ein bisschen hier weiter, um mal den Dings freizulegen, diesen gebrannten Ton. Wow, und jetzt ist es dann gar keiner. Wo haben wir den? Hier. Orange gebrannter Ton. Aber was? Steht aber so da. Moment mal, aber warum ist denn... Hä? Kann ich den umfärben? Ich nehme da mal ein bisschen was mit und probiere das aus. Gibt es vom ungebrannten Ton auch verschiedene Sorten? Also nicht, dass ich wüsste. 15. Ja, okay. Da kann man das mal ausprobieren dann. Also Sand abbauen kann ich auf jeden Fall, denn den brauche ich mit Sicherheit. Hm. Oh, da liegt noch was. Ja, gut. Wir müssen das gleich mal ausprobieren. Ich habe jetzt, äh, kein Färbermittel hier. Kann ich denn hier... Oh, da ist eine Schlange. Ja, geh mal weg hier, Schlange. Will mich nicht mit dir anlegen. Du würdest auch den Kürzeren ziehen. Ja, das geht. Na, die Schlangezeug inN核 Oh, da ist die Schlange etc! Vielen Dank.